Alle Spiele der Regionalliga West, exklusiv auf Sporttotal. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren, denn die Partie ist angepfiffen. Die Hausherren in weiß von rechts nach links und die Jungböcke in den blauen Ausweichtrikots. Jetzt erste Torernäherung der Hausherren. Das ist Batarillo und erste Parade von Jonas Urbich. Oh, aber erneuter Fehlpass. Lokoc, sehr schöne Ballverteilung von ihm. Batarillo und da ist er, Lokoc. Gab es ja eine ganz gute Aufteilung, dann auch mit Sulh Nadjar zum Beispiel. Und jetzt Angelo Langer legt ihn sich auf den rechten Fuß. Jetzt vielleicht Wilms. Urbich lässt ihn abtropfen. Sehr offensiv. Aber fehlt dann jetzt auch da hinten. Das ist Strauch. Ja, schöner Ball auf Schwirten. Und das ist das 1 zu 0 für die Jungböcke. Und da hat man aber auch einen Jubelstrahl gehört. Also der eine oder andere FC-Fan ist ja auch im Stadion. Sehr, sehr schöne Flanke und dann direkt abgezogen von der Nummer 8 des 1. FC Köln. 1-4-2-3-1, aber mit Lokoc und mit Marquet sieht das dann auch sehr nach einer Doppelspitze aus. Marquet setzt Wilms in Szene. Wilms, was macht er draus? Urbich hält, aber der Nachschuss von Lars Lokoc ist dann drin. Und diese drei Spieler hatte ich gerade eben angesprochen. Marquet quasi mit seiner ersten Situation setzt er Wilms in Szene. Der weiß noch nicht so recht. Urbich kommt noch irgendwie dran und dann aus gar nicht mal so leichtem Winkel. Teil der U21. Ricardo Henning, das macht er gut. Mekoma bringt frischen Wind rein und 2 zu 1 für den 1. FC Köln 2. Philipp Vidra. Der Joker sticht. Beide Joker sind da am Tor beteiligt. Starker Abschluss von der Nummer 17 von Vidra. Verliert Jan Wellers den Ball, der auch inzwischen in der Partie ist. Maximilian Schmid, Mekoma geht mit. Hat er das Auge für seinen Mitspieler. Schmid macht es selbst. Und Jeremy Mekoma stand auf jeden Fall frei. Kommt da auch nicht so richtig zum Zug. Mal hier. Und das macht er sehr gut. Wilms legt er ihn auf. Lokoc. Und 2 zu 2. Was für eine mitreißende Partie hier in den zweiten 45 Minuten. Wilms einfach mal auf der linken Seite. Dann tankt er sich da durch. Und legt perfekt ab auf Lars Lokoc. Und der weiß natürlich, was er zu tun hat. Und da wollen sie ein Handspiel gesehen haben. Aber Marc sieht das anders. Wellers. Und da liegt Angelo Langer am Boden. Und es gibt glatt rot für Philipp Vidra. Der Torschütze des Zwischenzeitlichen 2 zu 1. Kein Problem für Gießen. Mekoma. Luca Marx pfeift die Partie ab. Fortuna Köln und die zweite Mannschaft des 1. FC Köln trennen sich 2 zu 2. Ja Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich. Alles gut.